Was machen wir heute? Wir basteln ein bisschen rum. Wir wollen bauen, aber bevor wir basteln können, müssen wir tatsächlich leider erstmal Rohstoffe sammeln. Wir sind komplett out of Rotstoffe. Rotstoffe? Rohstoffe! Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, aber wir können es nicht ändern. Ich könnte immer noch heulen, wenn ich das hier sehe. Ganz ehrlich, ich muss gucken, ob es neue Mods gibt. Ja, weil wir haben so gut wie gar nichts mehr. Ich habe mir noch nicht wirklich einen Plan gemacht, was machen wir heute so genau. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal so ein bisschen Freestyle-mäßig drauf los. Wir wollten ja hier hinten eine Galerie basteln. Das war eigentlich der Plan. Also brauchen wir Holz. Dass wir hier ein bisschen hochbauen, dass man hier dann hochlaufen kann mit einer Treppe, vielleicht rechts und links oder nur eine Seite mal schauen. Wie gesagt, für Tipps bin ich gerne offen. Ja, wir haben nämlich alles Holz verpfeffert. Ein bisschen Kern- und Edelholz ist noch am Start. Aber mehr auch nicht. Jetzt überlege ich. Wollen wir uns, wir gucken mal kurz, vielleicht eine bessere Axt herstellen. Wir hatten doch hier irgendwo Schwarzmetall-Axt. Oder habe ich davon geträumt? Schwarzmetall-Messer? Ne, hier. Schwarzmetall-Axt. Edelholz, Leinsfern, 20, Schwarzmetall. Stellen wir uns jetzt her. Kann nicht sein, dass wir immer noch mit einer Bronze-Axt rumrennen. Ganz im Ernst. Schwarzmetall-Axt. Los geht's. Auch trotzdem vier Schläge. Hält die Plus länger? Zählt der Schlitzenwert dafür? Die 100? 31, 26. Wir vergleichen gleich mal. Wir müssen ja... Oh. Dafür ist er auf jeden Fall gut. Geil. Ja, wir gehen eh nochmal zurück. Einmal zu den Opfersteinen. Weil ich möchte unbedingt den besseren Skill haben. Und dann nehmen wir die Bronze-Axt mal mit und gucken mal, wie viel Sinn das... Aha. Wie viel Sinn das Ganze macht. Mal schauen, wie viele Angriffe kommen. In letzter Zeit war es ja doch etwas häufiger. Schön beim Holzhacken nochmal eine Horde. Hätte ich Bock. Der Uralte. Da haben wir. Hätten eigentlich mal schauen können, ob wir vielleicht gleich hier Holz abbauen. Weil so sind wir zumindest mit dem Portal direkt wieder am Start. Komm, wir gehen nochmal zurück. Weil von unserer Base aus müssen wir mittlerweile ja doch schon ein ganzes Stück laufen. Und vielleicht... ...haben wir doch hier noch ein paar Bäume. Das sieht doch gut aus. So. Jetzt endgültiger Vergleich. Wir gucken mal. Schlitzen 100. Schlitzen 40. Zwei. Drei. Drei Schläge. Müssen ungefähr gleich dick sein. Eins. Zwei. Drei Schläge. Das Ding macht so um die 28 Schaden. Oha. Das Ding 43 gerade. Und vielleicht war der Baum schon verletzt. 32. 43. Ja, also insgesamt schon mehr. Wenn das Ding noch ordentlich upgraden, könnte es eigentlich ganz geil werden. Wie sieht's denn aus? Sind wir schon sehr voll? Nö, eigentlich nicht. Na komm. Uralten ran. Und dann können wir doch hier mal richtig ausfritten, oder? Müsste doch jetzt richtig schnell gehen. Ach, geil. Also wir müssen ja eigentlich erstmal nur die Bäume köpfen. Die schon klein zu hacken ist sinnlos. Weil die sich ja beim Umkippen noch gegenseitig Schaden machen. Ha, wie schnell der Wald hier fliegt. Geil. Wenn wir das Ding noch auf die 4 hochfliegen. Holla die Waldfee. Ich weiß nicht, bei welchem Gegenstand das noch war. Aber ich hatte mich schon mal in irgendeiner der letzten 50 Folgen geärgert. Wieso, weshalb, warum ich so lange altes scheiß Werkzeug benutzt habe, obwohl das neue viel geiler ist. Und so geht's mir gerade. Bräuchte mal ein bisschen mehr Ausdauer. Wollen wir uns mal einen Trank reinpfeffern? Komm. Geht's noch schneller. Wir sind heute mal verschwenderisch. Ich alter Geizhalz. Der nie irgendwas Gutes mitnimmt. Weil er es nicht benutzen will. Und dann tausendmal stirbt. So, es ist vorbei. Dann kann ich endlich mal einen Schluck trinken. Kurz mit dem Aschenbecher angestoßen. Prost an der Stelle. Ich glaube, Samen waren voll. Wir hatten irgendwo eine Samenkiste. Hier. Die ist komplett leer. Ja, moin. Okay. Seht ihr, wie verschwenderisch ich geworden bin? Ich hau mir die guten Lebensmittel rein, obwohl ich Ressourcen sammle. Das hätte ich vor 50 Folgen niemals gemacht. Im Leben nicht. Da bin ich hier mit Himbeeren und Blaubeeren und Scheiß rumgerannt, weil mir das alles zu schade war. Ich muss sagen, dieses kleine Ding hier gefällt mir mittlerweile immer mehr. Ich war mir damals nicht so sicher, als wir es gebaut haben. Ich dachte mir, ja, ich weiß nicht. Aber ich glaube, wenn wir das noch fortführen... Wir müssen mal gucken, wie es von der Breite passt. Weil hier wird ein kleines Stück zu lang sein. Sonst würde ich hier drüben nochmal das Ding machen, wie hier. Und dann vielleicht nochmal ein kleines oder so. Aber ich will da noch ein bisschen mehr Abwechslung ins Dach reinkriegen. Sieht zwar geil aus mit dem ganzen Dunkelholz, aber ist mir noch zu monoton. Wie lange ich für dieses Dach hier rumgepopelt habe, ne? Bis das alles stabil war. Jeder einzelne Balken wird hier gebraucht, sonst hält irgendwas nicht. Aber es hält. Und guter Fusch ist keine schlechte Arbeit. Was haben wir jetzt noch? Himbeeren, Himbeeren, Himbeeren. Himbeeren und Frösche sind definitiv die besten. Das ist halt die Frage. Wir machen jetzt mal probehalber eine Treppe. Jetzt reißen wir erstmal das Ding hier raus. Jetzt einfach mal ganz random... ...nur so eine billige Treppe bauen. Einfach nur, um zu gucken, wie hoch wir kommen am Ende. Passt das jetzt? Ja. Weil noch näher können wir nicht rüber. Hier geht die Tür dann los. Eine bräuchten wir noch. Dann gucken wir aber hier über das Ding raus. Ist das schlimm? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich wären die schon wieder langweilig, weil wir die überall hier schon haben. Aber naja. Wir hauen den mal dort rein. Dann haben wir ja in Bodenplatten nicht groß eine andere Möglichkeit. Stein kann ich nicht auf die Dinger setzen. Das fällt mir runter. Das ist zu hoch. Wir müssten es schon irgendwie hier drauf setzen können. So. Ich weiß nicht, ob wir es immer abwechselnd machen wollen. Ein bisschen hübscher aussieht. Sieht das von unten dann komisch aus? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. Ja, der Holzschuss guckt halt oben raus. Aber ich glaube, ich kann den auch... Müssen wir uns nur beeilen, sonst bricht es zusammen. Und den oben dran setzen, oder? Nee. Mach mal weg jetzt. Ja, es guckt immer so ein bisschen raus. Kreuz war dann aber eigentlich auch hier drüben. Kriegen wir das hier reingefurzt? Drin. Perfekt. Ja. Finde ich schon besser. Die ganzen Dinger nochmal lang. Zack. Und zack. Wir müssen dann mal gucken, ob da irgendwas dann aus der Fassade raus sticht. Also die Eingänge feiere ich immer noch mega. Ganz ehrlich. Die habe ich mir auch nirgendwo abgeguckt oder so. Und ich finde sie einfach geil. Dann noch einen kleinen. Deckt immer im richtigen Moment, ne? Besser? Ja, dunkle Umrandung hat auch was, ne? Wir sind halt schon ganz schön kernholzlastig hier im Raum, ne? Das muss man schon mal ehrlich sagen. Da haben wir doch sehr, sehr viel verbaut. Das baue ich doch jetzt in die Wand rein. Das ist Morks. Das ist Morks. Nein, jetzt haben wir das Kernholz abgerissen. Jetzt fällt bestimmt das ganze Gebäude ein. Wir müssen da echt vorsichtig sein. Ich kriege es nicht mehr eingesnappt. Ach, komm. Ach, genau sowas hatte ich befürchtet. Das hat doch alles ordentlich gesnappt. Sinnlos. Jetzt? Mal gucken, ob es vorne raus steht. Aber es könnte geklappt haben. Vielleicht lassen wir es hinten auch einfach so. Machen wir mal im Vergleich. Das ist jetzt wirklich gleich groß, ja. Ja, gefällt mir ein Dunkelholz besser. Eine Art never ending Projekt dieses Haus. Ja, definitiv. Wird uns auch noch eine ganze Weile begleiten. Ist okay erst mal. Mal gucken, was wir noch schönes draus machen. Halt die Frage, ist das von der Deckenhöhe so okay? Oder basteln wir hier nochmal eine Treppe und machen die Etage dann hier lang? Ich würde sagen, wir bauen das einfach mal just for fun. Das heißt, das Ding erst mal wieder raus. Nochmal eine Treppe hier drüben hin. Mit die ganz an den Rand. Ja, wir bauen erst mal die Treppe. Barg ist halt wie hoch. Eigentlich wäre es so ganz geil, weil dann haben wir das direkt hier als Abschluss. wird dann halt hier ein bisschen engen Fall, vor allem auch mit der Kamera. Aber wir haben halt so viel Platz. So, jetzt zeig mal her hier. Das müsste doch jetzt irgendwie ein bisschen gehalten werden, oder? Weil noch mehr Balken will ich eigentlich ungern. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Ob das jetzt irgendwie stabilisiert? Oh ja. Die auch noch? Ja, wird auch besser. Perfekt. Ah, diese Kameraperspektive. Die kotzt mich gerade richtig an. Aber wir müssen durch. Das ist ein bisschen Augenkrebs. Aber naja. Oh, jetzt war ich mal gleich. Also weiter kann ich nicht mehr. Wollen wir wetten? Doch, es ging noch ein Stück. Ah, jetzt war es das. Bam. Dann machen wir es halt von hier. Warum mache ich mir das Leben so schwer? Oh, ich habe hier was falsch gemacht. Was habe ich denn gemacht? Der ist gerade. Der darf nicht gerade sein. Der muss so werden. Oh. Zack, jetzt müsste es wieder Stabilität kriegen. Ne, warte mal. Was mache ich denn? Hier ist doch... Stimmt auch nicht. Was habe ich denn gemacht? Leute. Hier ist doch auch was falsch. Zieht sich jetzt die ganze Zeit so weiter, ne? Weil ich einmal falsch angefangen habe, oder? Was habe ich denn gemacht? Bin ich bescheuert? Nein, wir ziehen es jetzt mal richtig durch. Also der müsste dann eigentlich so sein. Aber dann haut das ja alles wieder nicht hin. Ach, ich bin ein Dödel, Alter. So, zack. 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 Weil sonst... Die Treppe sieht sonst irgendwie nicht so geil aus. Da muss ein bisschen Kernholz ran. Schade mit dem kleinen Stück hier, aber... Und es halt nirgendwo einsnapt. Ja, so ist ja doof. Ich lasse es erst mal so. Aber kommt, Leute. Sind wir doch schon ein Stück vorangekommen. Natürlich jetzt nicht ewig weit, aber... Wir haben zumindest erst mal ein bisschen Holz gesammelt. Wir haben hier die Erhöhung Galerie, wie auch immer, meines Nenmark schon mal gebastelt. Und wir haben hier oben schon ein bisschen einen Plan.